Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge, zur neunten des Pokémon TCG Adventskalenders. Heute öffnen wir dreimal Evolution, nachdem der Hunt nach dem Turbo-Floergis Nummer 4 gescheitert ist. Es ist wirklich schade, dass ich in 15 Packs Turbo-Start nur drei von den Dingern hatte. Daumen hoch! Normalerweise hat man nicht mal alle fünf Packs ne Turbo. Und ich hatte alle fünf dieses Turbo. Heute kommt Evolution, hey, am neunten. Heute vielleicht auch wieder erfolgreich, die letzte Folge konnte leider nicht überzeugen. Okay, ich hab da oben gerade hingezeigt und dann stand da Profil. Heute muss wieder was drin sein. Pokédex, einfach. Hier sind halt die ganzen Retro-Artworks jetzt drin. Und immer eine Safe, oder ich weiß nicht, ob die Energie Safe ist. Und hier zwei Voltobiles. Und ein Zapdos in einer richtig coolen Holo-Variante. Das ist schon mal keine schlechte Karte. Ist zwar keine EX, aber beschweren kann man sich da trotzdem eher weniger. Lol. Ach, ich hätte vielleicht machen sollen, dass ich die Karten favorisiere, die guten, die ich ziehe, und dann am Ende nochmal zeige. Ach, die Folgen sind nicht so lang, dass man die nicht nochmal gucken kann. Mal im Ernst. Zweites Pack für heute. Mal gucken, ob hier etwas drin ist. Oh, Carpador. Und zwei Rares. Das ist ein gutes Zeichen. Und die drittletzte ist schon der Reverse. Heißt das, da muss was krasses drin sein, oder? Hier. Mit diesem Carpador. Diesem Carpador kann man nur was Gutes ziehen. Dann eine Kampfenergie. Smogon, Mystic, Entschlossheit. Dieser Reverse-Trunk. Dann Mega-Glurak-EX, Feuerroter-Sturzflug, die X-Form ist das 300 Schaden. Damit kann es jedes Pokémon im gesamten Kartenspiel one-hit. Sogar sowas wie ein Abendmähnen-Solga-Leonik-Krosma-Rainbow-Full-Art, das ich schon mal gezogen habe. Guckt euch das Video an. Krass. Und ein fliegendes Pikachu. Das ist auch übel krass, denn es sieht aus wie eine dumme, normale Karte. Aber wenn man hier auf die Zahl achtet. Das ist eine Secret-Rare-Karte. Die sind zwar in dem Set nicht so selten, aber vor allem über die freue ich mich echt. Mega-Glurak-EX. Cool. Die Folge ist wieder erfolgreich. Oh, an Lord Ecke. Guckt mal, Lord Ecke. Hier ist ein Lord Ecke. Guckt ihn euch an. Das ist ein Lord Ecke. Äh, favorisierend ist Lord Ecke. Äh. Nö. Eigentlich will ich das nicht als gewünscht markieren, sondern als favorit dann aber nicht. Ähm, naja. Hier ist noch eine Reverse-Energie. Nimm einen Basis-Pokémon von der Maplage-Staffel, Fuß auf die Bank, Nebulak und ein Starmi. Damit endet die heutige Folge. In der nächsten gibt es die ersten Zip-Gen-Packs. Wir sehen uns. Bis dann.